Hallo Freunde, ich bin wieder zurück. Heute gehen wir nach Mendoza in Argentinien. Hier drei Story-Missionen. Und wir gehen einfach direkt rein. The Farewell. Ich habe etwas gefunden. Ich habe etwas gefunden. Buenos Aires International Airport this morning. Now, watch this. Herolds. Trey Lenz at the airport. But, turns out that a top Providence operative owns a vineyard in the area. Don Yates, of infamous New York law firm Morgan Yates & Kohn. And get this, it's hosting his retirement party today. She's infiltrated them. She's sending a message. She needs my help. Could have fooled me. You don't know her. Anyway, if you're going after her, you'll need to deal with the Herald. Her name's Tamara Vidal, former CIA asset and political firebrand. She's a master of surveillance and the Constance's most trusted aid. She'll have eyes everywhere. You won't get far as long as she's in the game. Why are you telling me this? I thought you were out. Yeah. Old habits, I guess. Anyway, I... I need to go. See you around 47. No, you won't. Okay. Okay. A rendezvous with Diana. Diana. Okay. Man is gar nicht im Suit. Okay, it's sale wahrscheinlich im Suit, aber ich kann's mit mindestens kein Briefcase mitnehmen. Muss ich jetzt auch nicht unbedingt, aber... Ja, ich denke, ich nehme einfach wieder meinen Dietrich und meine Münzen mitfüllen erst für das erste Play-Through. Das wird schon passen. Okay, wir gehen rein. Weil du nicht ein Idiot bist. Das Beste des Menschen. Yet, das ist wie das Leben hier. Irgendwie hatte ich schon... ...bevor Hitman 3 draußen war, das Gefühl, dass sie irgendwie eine große Rolle spielt. Ich frage mich, ob ich sie gerade einfach umbringen könnte, was dann passieren würde. Okay, das hätte ich mir denken können. Nichts sehr spektakuläres. Okay, nochmal. Don't be long. You got my message. You'd never get caught on camera. Not unless you wanted to be seen. So what's the play? You're not the only one who's been busy, 47. I'm this close to becoming the next constant. I'll be able to dismantle Providence from the inside. Only one man stands in my way. Don Yates. That weasel was the partners' legal counsel for years. He's the top candidate. But remove him from the playing field. It won't work. If Edward suspends. I will convince him you acted alone. Betaliation for Grey. Trust me. I know what I'm doing. The Herald. Tamara Videl. She has eyes everywhere. And they're all fixed on you. The plan won't work unless we take her out. She never leaves my side for long. Whatever your plan is, I'll help you if I can. You're sure about this? As sure as I'll ever be. What was that? Here. I got you an invitation. Just like old times. Come find me when it's done. Good luck, 47. 47. Okay. Ich sag das immer, aber das sieht extrem schön aus. Ach ja. Jetzt steht ja auch, dass ich sie nicht ausschalten darf. Davor wusste ich das ja nicht, ne? Okay, wo sind unsere Target? verletzt 47. Das sind alle da drüben. Wenn ich jetzt mal hier runterlaufen müssen. Oh mein Gott, bemerkbar. The ground is super loose here. If we fall, we're going to seem like such idiots. We want fall. We just need to get the peak and we are good. And look at the gorgeous view. You know, it will be worth it. Everyone's going to be beyond jets. Oh, you're so right. Can I jump in there? Oh, it doesn't make any damage or something. The camera crew is again. It's again Pam from Paris. Pam. For more than two decades New York-based law firm Morgan, Yates, and Cohn has been among the most successful and the most controversial companies in the United States. Founded in the greed is good downtown era of the mid-1980s by Kenneth Morgan, Don Yates, and Theodore Cohn, the firm quickly amassed an impressive client roster, counting such corporate behemoths as top investment bank, Milton Fitzpatrick, and Van Orton Tobacco. A reputation for ruthlessness and dirty tactics, no doubt originating with the notorious affluenza defense of murderous socialite Chelsea Wittmore has long stuck to their name. But despite the persistent outrage of progressives, the firm has enjoyed a seemingly never-ending streak of successes and legal triumphs. This, however, may be changing. Just a few months ago, senior partner Ken Morgan passed away unexpectedly at the Himapan Hotel in Bangkok. My work. And now another of the founding partners, Don Archibald Yates, in front of whose argentinian vineyard I am currently standing, has announced his retirement from the firm. And so, the burning question in the upper echelons of corporate America is this. Has Morgan, Yates and Cohn finally run out of steam? I am Pam Kingsley, reporting live from Mendoza, Argentina on GNN News. It's an eindeutig of seeing one, but for what's still it is? I don't want to be wild. Oh, Gretchem, I'm so jealous. Here, little buddy. Come on. Look at that orange, rufous crest. So adorable. When those yellow rings around the eyes. I mean, they fade in captivity. I've never seen them quite so vivid before. Oh, this is a rare treat. Oh well, it shouldn't be late. There I can't just go through. It's not going to work, buddy. Okay, I... Maybe not. It's already a bit of a陰險. There I won't just go through. You know? Yeah, that's not gonna work, buddy. Okay, I... Yeah, I can't even go through, right? Aaron Ford Jr.? Hey, Mars. Don Yates is expecting me. Okay, check out. But leave the paperwork with me. Absolutely not. Mr. Gates asked me specifically, to bring him the document. You don't want to keep Mr. Gates waiting. Hey, they're good. I can say to you. What are you? Some kind of office clerk? I... I'm a junior partner. Okay. The most powerful law firm on the continent. Now enough of this foolishness. Let me through. Okay, okay. Hey, I have nothing to do with you. Der war bei Alexa Carlyle. Also, er war an ihrem Anwesen, als sie gestorben ist. Und er hat wichtige Dokumente dabei. Er hat einfach nur eine leere Brieftasche dabei. Na ja. Gehen wir mal weiter. Ich werde dir wahrscheinlich gefilzt, oder? Werde ich gefilzt? Nein. Na, da laufen sie zusammen rum. Das ist auch nochmal interessant, dass, dass die ganze Zeit zusammen rumlaufen sind. So Tage neben einer Person, die man auf keinen Fall ausschalten darf. Ja, hey, bro. Unter meine Standards. Aber viele meiner Kollegen waren so pechlich. Sie reden über mich, aber sie weiß nicht, wie ich aussehe. Das ist ein bisschen... ...selbsthaben. Das ist ein bisschen... ...und der jungen. Das ist ein bisschen... ...und der jungen. Ich bin willkommen in der Yates Winery. Wie kann ich dir helfen? Das ist die erste Mal in der Stadt. Können Sie mir die Lande zeigen? Natürlich, Herr. Das ist der Besucherzentrum. Auf der Seite ist die Runde, wo wir eine Leitungsbeziehung haben. Auf der Seite ist die Runde der Haft-Kabern. Auf der Seite ist die Runde und die Runde. Und auf der Seite sind die Runde. Wenn Sie denken über die Runde... Okay. Ich weiß ungefähr, was hier abgeht. Hier ist einer, der mich erkennt. Vidal und ein grand tourer des Ästates. Ich möchte Sie den Tagalow. Nicht für meine Sparke, in personality. Diese Burnwood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood-Wood. Yates'ER-Business ist his business. Just get yourself ready and sign in to the Visitor Center. Oh. Ich habe ein Bier auf meinem Seite. Ich darf diese Runde. Vidal und der Fickser, Korver Black. Black ist eine Maske. Er ist doch nicht so akkurat vorgelesen. Ich glaube, das ist ziemlich einer der ersten Male, dass er selbst vorgelesen hat. Ich muss mich als der Ehe verkleiden. Ah, er kennt mich aber, wenn ich... Ah, shit. Okay. Ja, ich habe dich. Du kannst mir nicht sagen, was ich... Okay. Nichts, dass ich ein Party-Line kreier, wie ich es. Es ist in der Ehe verletzend. Ich habe ein paar Spiele, auf der Tour oder nach. Stand by. Also, du bist nicht sicher? Das bedeutet, dass ein Plan A ist? Ein, wo ich nicht eine 50-50-chreise bin bin. Ich meine, du verstehst das Risiko hier, Boss? Es ist eine gute Nacht. Hallo, Herr. Es ist ein schönes Tag. Aber wenn ich einen von diesen Heraldern bin, dann muss ich mich auf den Fühlen. Okay. Also, wer ist das Fühlenbein? Ich bin eher ein Biermann. Aber wenn Sie die Heraldern zusammenbringen wollen, dann spielen Sie die Model Clause. Nein, 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 nein. Ich habe einfach nie eine urbane Legende vorgestellt. Aber er hat die Wahrheit. Ich mag ihn. Also, Black will anscheinend Diana umbringen. Oder ihr Schaden zufügen, auf jeden Fall. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass ich nur eine Stunde Zeit habe, bis er ja irgendwie der Heraldertöte oder so. Das wird es irgendwie nochmal komplizierter machen. Ich dachte, er wäre größer. Er hat sich ja angelehnt, okay. Vielleicht, ich könnte wahrscheinlich ihn von hinten dann darüber ziehen, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich probiere es mal. Kann ich da nicht rein? Nein? Warte. Du kommst hier nicht zu mir. Das funktioniert nicht. Guck dir kurz rüber und dann lehnt er sich hier an. Komm schon. Nein, das geht nicht. Schade. Das wäre ja auch zu schön gewesen, ne? In Hitman ist relativ viel Politik drin, tatsächlich. Es gibt schon einige Level, wo ganz eindeutig in eine Richtung geschielt wird. Gegen Faschismus und alles. Also, das Einfachste wäre gewesen, einen Tranquilizer mitzunehmen und ihn einfach irgendwo dann umzuschießen, um seine Verkeilung zu holen. Aber ich gehe jetzt einfach mal mit dem Intended Weg oder einfach ein Brechmittel-Device in meine Brieffasche rein und dann gehen wir so. Shit. Wo ist das? Hey, 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 hey. Du musst zurück, wo du kamst, hm? Okay, da darf ich nicht hin. Ja, ja, ja. Ich komme zurück, wenn ich die richtige Verkleidung habe. Ich muss eine Fackel finden, um die Grube anzufeuern. Ist das Sado Pit? Okay, und dann essen sie später. Dann kann ich wahrscheinlich irgendwie was vergiften. Hat er sich gerade eine Zigarette angesteckt? Ja. Das bringt mir nichts. Ich muss ihn ja nicht töten. Sonst könnte ich irgendeine Explosion auslösen oder sowas. Du musst doch irgendwann auf die Toilette gehen oder so. Oder irgendwas trinken, irgendwas machen, statt mal rumzulaufen. War doch gerade schon hier. Ich kriege den hier weg. Dafür die echte Rechnung im Kreis. Was ist, wenn ich... Ne, das ist er dominieren. Vielleicht kotzt einer. Also, ich könnte ihn vielleicht da oben ausschalten und dann hier nach unten ziehen. Ach, hier ist der Tasting Room. Ach, hier ist der Tasting Room. Ich könnte ihn natürlich immer irgendwie ausschalten und dann... in so einen Teil reinziehen. Fuck. Hm? Okay. So geht's natürlich. Ich brauche meine Brieftasche. Hier, okay. Ziemlich sicher, dass da niemand hingehen wird. Gut, dann müssen wir jetzt zur Rezeption beten. Ich kann meinen Weg nach oben finden. Ich brauche es. Ich brauche es. Danke Gott, es ist endlich endlich in. Felix ist hier. Ach da, diese Treppe hier. Okay. Ach da, diese Treppe hier. Okay. ından differenzieren. Burnwood war in der regresie mit Grey. Er ist um der Ingekri�? Ta lösen auf den matar von unseren Leuten. Wie könnte sie sein Herald sein? Vielleicht Vidal wird sie über die Stehe. Die Handkriege entfernen. Socke auf hier. Du? Du musst dann sein Burnwood und Vidal. Und du musst das Der Erdbeuner zuhör. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich hatte deinen Namen. Es ist Corvot Black, Tamara. Er ist ein... ICA-Regular. Ich arbeite nur mit den besten. Wir sind alle hier, es scheint. Except für unsere Guide, der Chef-Wine-Maker. Es sieht aus, dass wir hier stehen, bis jemand ihn holt. Herr Black, ich schaue in deine Richtung. Hold' on, ich schraue ihn. Attaboy, du versuchst ihn zurück in eine Kiste. Counterintuitive, wie es das ist. Das war ein bisschen verrückt. Ja, ja, das war. Oh Gott, wie viele Leute sind denn hier? Okay, ich gehe noch mal hier raus. Ich gehe noch mal hier raus. Was? Was ist es jetzt? Was? Du hast einige Gastgeist warten. Herr Yates wollte dich aus dem Grand Tour. Remember? Wenn ich nicht die vier wichtigsten Sachen habe, kann ich die 68 sozialen Reihen bezahlen. Es ist nur die Zahnarzt. Better tun was er sagt, Patron. Big-Shot-New-York-Lawyer wie das. Ich will nicht auf der anderen Seite gehen. Na gut, ich bin nicht mehr da, bis ich mich entscheiden muss. Bring mir die drei Malbecke Grapes. Hey, noch mehr. Grapes 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 Grapes. Ist das meine Richtung? Ok. Grape Picking Knife. Erkennt mich irgendjemand? Nein, anscheinend nicht. Soweit ich es sehen kann. Hier sind die Wachen, die mich sehen, okay, eine Hake. Wie wird das? Geh ich wieder aus der anderen Seite raus. Das scheint einfacher zu sein. Woher soll ich wissen, welche Reif sind? Wo sind die Reifen? Ah, hier. Hier ist einmal. Oh Gott, ich erkenne mich aber allah wieder. Einmal. Okay, die kriege ich auch noch, easy. Zweimal. Und hier neben dem hier, der mich erkennt. Ah ne, es gibt auch noch mehr. Ja, okay. Hm, guck aufs noch mal einfach rück. Hier, haben wir die. Okay. So, die fangen wir wieder ab. Mr. Vargas, ich habe die drei Grapes, die du hast. Ja, gut. Jetzt, wir schauen. Ich habe noch eine Hinkie-Blaut. Wird eine Minta? Oh, ich habe noch eine Hinkie-Blaut. Ich habe noch eine Hinkie-Blaut. Jetzt, ich habe noch eine Hinkie-Blaut. Jetzt, ich habe noch eine Hinkie-Blaut. Okay, jetzt muss ich wieder mein richtiges Outfit nehmen. Gut, haben wir das geschafft. Gut, was ich? Gut, was ich? Ich bin, es ist so, dass du dich verhältst. Ich bin, es ist so, dass du dich nicht verhältst. Das ist so, was ich? Ich bin, so, ich bin Gabrielle Vargas, Schiefer der Gewichter. Und ich bin, deinführer Geist. Any questions before we start? Yes, but you're not going to like them. I... uh... We're good. Lead the way, Senor Vargas. Wonderful. Follow me. These are busy times. In fact, we're just about to harvest this year's crop. Great expectations. So, how do you like Argentina? Like everywhere else. Full of Americans. First stop on the tour is the production floor, where our prize winning Malbec grapes are processed. We insist on the steaming every grape by hand, which means that during harvest season, the grapes do tend to pile up. Luckily, we have plenty of storage space. Our equipment is state of the art, including an industrial sized freezer unit, and last but not least, our thrusted grape crusher. Interesting. Wouldn't you say, Mr. Black? Follow me, please. Please. Oh, I believe Mr. Black here is something of a jack-of-all-trades. Isn't that so? Hey, Devil. I see. I just thought Yates might be sending a message. My mistake. So, have any of you been to our venue before? Only on business. Next on our tour is the fermentation atrium, where the wine goes to its primary stage of fermentation. In these big open tanks, yeast converts the sugars in the wine to alcohol, in a process that lasts between 5 and 15 days. This is also where we squeeze the mass into a fine juice, using our grape presser before the longer, secondary stage of fermentation. fascinating. Now, before we move on, do any of you have questions? How about you, Mr. Black? You look like you have something on your mind. I have a question. It's... perhaps we can take a closer look. Certainly. Lead the way. Ah. Okay, ich kann mir jetzt alles mit ihm nochmal angucken. Auch draus? Nee. Das ist der Freezer. What can you tell me about this Freezer? This is an industrial coal storage unit, to keep our excess grapes stopped to prevent decay. It easily reaches temperatures of minus 10 degrees Celsius. Trust me. You don't want to stay here for long. No kidding. Hey. There's no doorknob on the inside. Seems like a pretty glaring safety omission, if you ask me. Probably soundproof too. And good luck getting a phone signal. Such imagination you have. But there really is no need to worry. Why? We haven't had an accident since Mrs. Yates' dog was run over by a grey picker. Anything else you wish to know? There's really no trouble. What can you tell me about this grapecrusher? Well, as the name implies, it crushes 30 steam grapes into a thick pub or mast by a powerful rotating cylinder. She's one of the most important appliances in our production pipe. Have you had any workplace accidents? Well, for him to live out and get crushed to a pipe, he'd have to be a bona fide idiot. Waste the space, you ask me. Yes, well, fortunately, we have had none of that. So, there's no further questions? a few minutes. How am I supposed to be able to do this? What? How am I supposed to be able to do this? A... Contact. I want to get the chance to be able to throw a snake. Okay, I'm going to go in. Some more questions. What'd you do now? You're going to run over. Let's go. I'm going to hear all of you. More Grape Presser? Sie haben vielleicht einen Grape. Danke. Albas. Geh auf. Ich nehme ein Bild von den drei von Ihnen. Oh komm, morgen. Wenn in Röme? Okay. Er schaut noch hin. Geh auf. Kann ich das sehen, Herr Vargas? Ich glaube, ich bleibe. Ich bin interessiert in diese Container. Ich bin interessiert. Ich bin interessiert in diese Container. Ich bin interessiert in diese Container. Ich habe nur einen Grund. Ich habe das beste. Venus in Argentinien und mehr. Ich bin interessiert in diese Container. Ich bin interessiert, dass die Container nicht in die Container die Die Container nicht verordnen ist. Die Parafina nicht verordnet. Das nehme ich jetzt. Gleich noch nicht. Ich werde sie jetzt damit mal töten. Ich würde sie jetzt damit mal töten. Würde ich sagen. gut wer ist die LD attack Was ist mit deinem Telefon? Okay, wir müssen ins Terminal oben im Security Room, um das zu öffnen. Ich werde dich in die Geschichte von Allianz geben. Wie entschuldigend. Ah, Frau Burnwood, ist es nicht? Don Yates, ich bin froh, dich zu treffen. Du bist sehr hoch und empfiehlt. Als Chief of the Heralds, lass mich die erste zu sagen, willkommen abonniere dich. Wieso, danke, Herr Yates. Ja, ich bin froh, dass ich die ganze Zeit steigere, sehr nahe. Ich bin froh, ich bin froh, dass wir ein bisschen Herald zusammenarbeiten können. Ich glaube, wir sind zusammen in der Haus. Ein einfaches Toast, um zu feiern meine Verteidigung zu erinnern. Du bist natürlich sehr willkommen zu uns. Ich glaube, dass du einen guten Weg hast, Harald. Als die Schrauben sind weg. Ich würde es nicht missen für den Welt. Kapital, direkt dieser Weg. In die Leidung. Warum solltest du eine Pause, Korvo? Wir sind jetzt fertig, glaube ich. Oh, aber nicht zu weit weg. Ich werde immer folgen. Okay, ich soll ihn mal folgen. Okay, ich soll ihn mal folgen. Okay, ich soll ihn mal folgen. Sieht gut aus, Herr. Flowers. Mr. Yates hat die 1945 Grand Paladin gebracht in der Haus. Es ist eine besondere Beziehung. Was? Was haben die Schrauben auf der Fronten? Die Schrauben von Jesus, John Lennon und Eva Peron, haben sie nicht in Ordnung gekommen? Wir helfen hierher. Was könnte so speziell sein? Above your clearance, Flowers. Just fetch it already. A meeting in the Root Salar. I'm judging from Yates' choice of wine. Some type of celebration. Likely a gathering of heralds. Come to congratulate Yates on his upcoming promotion. Diana's presence. A calculated risk. Es gibt... Es stand doch drei Mission Stories, wir sind es auf einmal vier. Kann es sein, dass man die nach und nach irgendwie doch freischalten muss, und es doch mehr als drei immer gibt. Okay. Das ist jetzt interessant. Pine. Was ist das Passcode wieder? Letztes Jahr in World War II. Wenn du es nachschauen musst, ich habe dir Angst. Oh nein. Finde ich gut in Geschichte. Ich muss mich als der da verkleiden. Wie komme ich da rein? Muss ich wirklich erst oben? In der Security Room? Okay, jetzt laufe ich mir hoch. Komme ich von der Seite auch da hoch irgendwie? Da links? Ja, das sieht mir wie in der Treppe aus. Okay, dann gehen wir mal in die Richtung. Oh, ich darf hier sogar sein. Ich darf hier... Okay, hier darf ich nicht mehr hoch, aber... Ich kann es zumindest hier hoch. Hier ist einer. Da links sind auch Leute. Hier ist eine Box, um die wegzuschaffen, wenn es nötig ist. Toll nicht so, die wegzuschaffen. Soll ich es nicht mehr hoch. Es gibt eine hohe Worte. Soll ich hier mal noch an, Ich muss mich unternehmen. Ich muss mich... Ich muss mich bei mir auf den Weg aus. Okay, bin ich jetzt ein Bodyguard. Er hat eine schallgedämpfte Pistole dabei, oder? Das ist eine Hackel, ne? Das ist aber eine andere Hackel. Die ist nicht schallgedämpft, okay. Oh, hier ist das Hackel-To-Room. Das kann ich vergiften. Okay, den kann ich aber mit dem Hackel aufmachen, wenn ich muss. Oh, hier ist ein Panel. Das kann ich einfach so benutzen. Dasselbe Security-Doors. Okay. Ich kann einen Alarm starten, dann werden sie wahrscheinlich in Lockdown gehen, die Targets. Wenn ich jetzt echt offline weiterspielen, dann kriegt man immer zum Schluss keine Wertung. Und ich weiß nicht, ob die Challenges, die ich gemacht habe, dann auch registriert werden und in meinem Profil gespeichert werden. Ich gehe jetzt einfach mal in den Offline-Modus. Ich will weiterspielen. You can complete challenges, genau. Warum warten die da um 16 Uhr? Gehe ich halt offline, okay. Okay, ich habe nur eine Minute besitzt, in der ich da durch kann. Ich werde jetzt noch die Kameras ausschalten. Oh Gott, er hat es zum Glück nicht gesehen. Ich darf hier nicht mal Spottigart sein. Ich bin sorry, Patron. Der Icicle ist lethal, okay. Ich habe die Crowbar. Entendido. Ich habe das ganze Klasse runtergemacht. Ähm. Hier ging es runter, okay. Aber ich werde mich erst mal sehr verkleiden und dann geht es weiter. Letztes Jahr von World War II. Ich hoffe, ich flamiere es nämlich nicht, aber die haben 1945 gerade auch noch mal gesagt. Ja. So eine Erinnerung, die ich jetzt mit Schieß und durch doch noch habe. Okay. Das muss ich zum Head of Security reden. Aber zuerst werde ich noch kurz runter, ob ich... Okay, soll ich die runterwerfen? Dump. Okay, er tötet sie nicht. Okay, gut, dann... Dann habe ich die mal zur Sicherheit darunter. Da sollte kein NPC jemals sein. Hey Flowers, over here, come on, while we're young. Sir, I present to you the 1945 Grand Paladin. Huh. Somehow, I thought it'd be... Baker. Come on, Flowers. Guests are waiting. Das irritiert mich, dass ich das Silent Assassin Ding unten nicht habe, weil ich offline bin. Weil die im 6. Moment anders machen müssen. Das heißt, ich muss gefrisket werden. Ich gehe mal kurz um die Ecke. Um meine Waffe in die Briefcase zu stecken. Ne, die Waffe hier. Und die andere Waffe, die lege ich einfach weg. Dann platziere ich den Koffer hier. Dann kann ich mich gefrisk... ...befilzen lassen. Ich muss nicht herausfinden, dass ich etwas von dir findest. Ich will nicht wissen, was wird passieren, wenn ich das mache. Okay, alles gut. Also, hier ist das Problem, Flowers. Der Boss hat ein Powwow mit einigen Mitarbeitern, und Discretion ist der Name des Spiel. Ich bin sicher, dass du das schon ausprobiert hast, dass du ein Scholar bist. Nicht diskutieren, Das ist nicht so, dass du das machen kannst. Das ist nicht so, dass du das machen kannst. Du bist so, dass du das für mich kannst, Flowers? Warte nicht, Herr Kortizar. Ich bin der sehr Säge von Discretion. Gut, Mann. Sie sind bereits in der Mitte. Gehen Sie den Wein an der Tafel. Ich gebe es. Dekant. Ich habe immer gegründet, dass Sie die Hörer der Providence nicht besprochen haben. Sie sind nervös. Meine Damen und Herren, Mr. Flowers. Our resident sommelier I believe he has brought us something Flowers, you're blowing it Perhaps you will educate us, Mr. Flowers This is the 1945 Grand Paladin One of only five bottles in existence The vintage is legendary A proverbial unicorn wine The year was hot The wines super-concentrated And thanks to hail and frost The production was small Only 300 bottles were ever produced And when the vineyard was bombed During the closing days of World War II Only a single crate survived It is said to have amazingly complex aromas With long savory layers of fruit and spice flavors And a silky texture Enjoy! Wonderful! Thank you, Mr. Flowers Feel free to stick around in case our guests have questions This wine was gifted to me by the art society And acknowledgment of my firm's legal services It stands as a powerful reminder that Providence draws its strength Not from force, but from partnership We are but a few and yet together We are unstoppable Because we stand united My friends Loyalty Is everything Which is why We cannot allow traitors Into our ranks Ah, yes Here it comes This woman has wasted bloody war on us More than a dozen heralds and operatives dead Your colleagues and clients My friend, Ken Morgan Not to mention the partners themselves Our founders Our benefactors Make no mistake This woman's hands are soaked in blood Our blood And Arthur Edwards The new supreme head of Providence Is handing her the keys to the kingdom Now, does that seem right to you, my friends? Does that sound like loyalty? Absolutely Absolutely Perhaps Edwards simply recognizes talent when he sees it Perhaps this is why I am also in the running to become constant And following this childish outburst I dare say I am in the lead, Don What? What the? You're lying, of course Which only proves my point You cannot be trusted, Miss Burnwood This woman will be our downfall That is, unless we take matters into our own hands You are heralds Sworn to protect Providence Against all threats Including inside ones I have devised a plan Together we can make it work But you have to decide now, my friends Are you with me? Yes I agree Yes I'm in Yes Yes I escort Miss Burnwood to my office I'll join you shortly Right, move it, let's go Holy shit I'm warning you, yes This will not go your way Hello, hello I can't 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 It's probably not that, right? Do you know Is that I can't 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 Oh hier könnte man bestimmt eine Wache irgendwie bekommen, ein Waffenoutfit. Bist du ein Bodyguard? Brauche ich dein Disguise überhaupt? Vielleicht kriege ich das von ihm hier. Ja genau, das sollte klappen. Haben es jetzt zwei gehört? Okay, in der Ecke ist niemand. Ich hätte auch runterlaufen können und mein Bodyguard Disguise holen. Wer hat mich das gerade gesehen? Ich habe noch sieben Minuten um zu Diana zu kommen. Wo genau ist sie? Ach da oben, okay. Wir brauchen mal da hoch. Geh gut, Schwer. Geh gut auf den Topfloor-Guards. Okay. Einmal. 2 Nummer 3 ist hier Ich weiß nicht, ob hier irgendwas zu verstecken ist, aber ich glaube, das macht nichts Da kommt niemand mehr hin Okay, ich bin jetzt der Mercenary Ich werde diesen Körper hier noch woanders hin Ich weiß ja nicht, was jetzt noch passiert, aber das ist wahrscheinlich sicherer Wenn sie mich anguckt, wie ich die Körper hier rumschleift So, private Raum Kill-Room-Decor Exakt Wir werden nicht noch einen kurzen von diesem Jetzt sitze und blende in Wenn ich eine Distraktion verbreite, sind Sie bereit zu gehen Okay, wir müssen uns woher entsetzen und warten Sie kommen hoch zu zweit Korvo, pick up your damn phone Plan B ist ein Go Plan B ist ein Go Start prepping the crime scene like we discussed Staged accident Kortizar will bring the package Get it done Miss Burnwood Du hast den roten Karpett nur für mich Don Du solltest nicht Du solltest nicht Du solltest nicht sein Selbst in der Verkunft Ich glaube, dass du nicht verwendet hast Du bist immer sicher hinter deinen Schrauben Sag mir eine Sache bevor wir die Maze Warum ich? Warum du? Warum du? Warum wird Edwards dich vertraut? Bitte Es wird mich wundern, wenn ich 65 bin Ich bin viermal zu schrauben wie es ist Oh, es ist einfach wirklich Edwards ist stolz Er ist stolz Er macht sich selbst der cleverste Mann alive Und wir haben ihn auf der Isle of Scale Und er hat ihn auf Er braucht es zu gewinnen Volle, unequivocale Meine recruitment war nur die Feather in seiner Karpett By the way Du schreibst über eine Sache Ja? Ich bin alle Ears Ich bin alle Ears Das mache ich nochmal Ja? Ich bin alle Ears Ja, ich bin alle Ears 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 mein Ziel Ihr Verstöre Providen vom Kast vom Kast Zitzen Es Finish it. Such a good boy. Well done, 47. Better get rid of the body. Won't be long before they come looking. When you're done, meet me on the dance floor. Oh, and dress appropriately. Das war kein Silent Assessor. Der hier hat mich gesehen. Also nochmal. Also das hat die andere Wache auf jeden Fall ausgenockt. Ich kann das einfach anmachen. Okay. Ich hasse es, dass das ein Assassin Ding nicht da ist. Bei allen anderen ist das bewusstlose Zeichen über den Kopf. Ich denke schon, dass er tot ist. Ist ja auch kein Silent Assessor. Nur Innocent Turtle. Hätte ich... Pick up? Was da steht da drauf? Crystal Anniversary. Oh. Crystal Anniversary. Die Mission Story geht immer noch weiter, nachdem ich theoretisch schon fertig bin. Die ist jetzt optional anscheinend. Ah, der Signature Suit with Cluffs. Ich habe jetzt hier einen besseren Exit. Ich muss immer noch zu ihr hinlaufen. Für den Exit. Okay. Das muss ich hier aber irgendwie wegkommen. Ah, die kann ich walten. Wie komme ich hier im Westen runter? Die kann ich klettern, okay. Ich will immer noch Trespass sehen. Ich weiß nicht. Ich werde wahrscheinlich etwas etwas wunderschön sein. Ich habe nicht mehr, wie du das? Alle meine Kunden haben etwas wunderschön in ihren Schiffen. Especially wenn es die Basel ist. Basel ist die Basel-Schiffen. Okay. Okay. Oh noooo Ja hier darf ich sein, gut Darf ich sein? Ja, ok Ja hier 47, Michael. Es ist fertig. Jetzt, was? Jetzt, wir schreit auf den Herz. Edwards. Du kennst ihn, nicht wahr? Warum, Edwards findet dich, 47. Er ist unvergültig, und er nie lässt dich vergessen. Ich verstehe es. Er ist kockier. Und das wird sein Unterfall. Was ist der Plan? Zu viele Augen. Ich bin in der Olive Grove, am Sonntag. Ein letzter Tango, 47. Coole Mission. Ein cooles Ende, ja. Leider offline. Ich glaube, es war kein Silent Assassin, weil der eine gestorben ist durch den Channel, der dir auf und runter gefallen ist. Sobald ich wieder online gehen kann, mache ich das. und dann, wie war es? Was hast du wissen? Dein Deal. Das Kind der Macht immer mit einem Preis. Was ist dein? Ich denke, du wissen. Ich bin sorry. Das ist ein Necessary Evil. Was hast du getan? Äther Brand Neurotoxin Das ist ein Necessary. 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 Das muss ich sein. Das war der einzige Weg. Für diese Klasse. Meine Familie. Ich weiß, was du getan hast. Nach all diesen Jahren, ich endlich weiß. Ich bin sorry. Ich bin sorry. Du hast keine Wahl. Ich habe. Providence hat dich benutzt, aber ich bin nicht besser. Alles, was ich sah, war ein Blank Slate. Eine Weapon, um zu gewinnen. Ich habe mir gesagt, es war was, was du brauchst. Aber... Menschen sind nicht zu kontrollieren. Das ist ein Necessary. Goodbye, Agent. Danke, Gerdinand. Aber das ist ein Necessary. Das ist ein Necessary. Das war das Necessary. Das ist ein Necessary. Wie lange hat sich das Necessary. Das ist ein Necessary. Das heißt, dass er jetzt nicht da stirbt, weil sonst hätte ich keine Mission mehr. Ich bin sehr gespannt, was jetzt in der nächsten passiert. Aber sobald ich wieder in Online-Modus gehen kann, mache ich dann die letzte Story-Mission noch. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Gut, da bin ich wieder. Wir machen noch die letzte Story-Mission. Ich habe die Parking-Lot ausgewählt, was freigeschaltet wurde. Anscheinend habe ich noch ein paar Challenges gemacht, während ich im Online-Modus noch war. Jetzt bin ich aber wieder im Online-Modus. Jetzt weiß ich auch, ob ich es ein Interessen geschafft habe oder nicht. Kann ich deine Invitation sehen, Sir? Habe ich keine? Muss ich die von ihr abholen? Kriege ich die nicht? Wo bekomme ich die Einladung dann her? Ich glaube, ich starte nochmal da oben einfach. Ich muss eine Invitation sehen, bevor ich dich inbauen kann. Ich frage mich, wo ich noch nicht war. Wo ich noch ein Schuldnis schon sein könnte. Kann ja gut sein, dass sie hier oben ist. Kann ja gut sein, dass sie hier oben ist. Hier irgendwie ein In-Wand zu kommen. Geht verstanden? Wirklich? Äh? Was war der Sonne? Weiß wirklich? Ok. ok ein bisschen Verkleidung ich lass meine Waffe schon mal hier weil ich da oben weg gefilzt werde das hab ich ja schon gesehen bei dem anderen es gibt hier eine Kanone mit der ich was auch immer abschießen kann ich weiß nicht was ist da hinten die sind eigentlich immer so irgendwie ausgerichtet dass sie auch was treffen ich weiß nicht ob hier irgendjemand mal steht und hier ich weiß nicht in einer Weise meine Liebe es liegt auf mich als konstant um zu schützen die Providence gegen alle Schreiber sogar seine schlechte Entscheidungen also lasst uns das wie ein Korte die selten von Burnwood ist ein arteriales Wissen der Prozegung und du musst, um zu füllen zu gehen du kannst mich über deine Strategie der beste Kurs der Aktion ist Blackmail ich habe ihn von einem von der Firma's junior Partner um ein bisschen was zu holen wenn Burnwood eine Krankheit hat, wir finden sie wenn nicht dann Corvo wird er erneut seine 7-Figures a year Burnwood verletzt ein accident convincing aber nicht zu convincing und die Blaine auf sie mit dem M.O. das das könnte verletzt die Herald aber nicht Edwards er könnte sogar sie nutzen zu testen ihr ja das ist das das ist vielleicht wir das das nicht das 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 ist das 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 Ich liebe es. Ich liebe es sehr. Ich liebe es sehr. Ich würde es richtig arbeiten auf meine... ...klarungs-Statement. Danke, mein Lieber. Ich wäre wirklich verloren ohne dich. Und nicht vergessen. Sieinnerst du nicht? Es war ein großer Scandal. Einer dieser... ...whatever-Gates. Es klingelt nicht eine Belle. Also, Mrs. Yates war ein Diplomat. Oh, ja. Was? Vielleicht gibt es hier doch nichts. Dietrich. Ich darf ja sogar sein. ... Welche Mittler? Self-Only Solo-Personal. Gibt es da oben noch etwas? Ja. Ja. Ah, hier. Ja. Ja. Ok. Okay. Ich will das Senior Worker. Ich muss mich als Arbeiter verkleiden. Ich glaube, das war meine Chance da. Okay, das sollte in Ordnung sein. Der Fall ist ein screwdriver. Soll er sein? Es gibt hier ein Tier 1 Access Dongle. Was zu hören? Das ist gut. Okay. Find a wrench. Es ist ein Fuse. Ich weiß nicht genau, wofür man die braucht. Also auf dem Level. Ach da! Okay. Expose the electrical wire. Ach der. Okay. Okay. Erst die Beinpumpe. Sabotieren. Ich habe noch nicht. Das wird er mich für mich jetzt machen. der schluss story komplett und angewandt ok dann sehen was für eine gelegenheit ich dadurch bekomme kommt ihr auch her so schön schmerzen so was so 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 ... die Stufen des Mannes von mir zu verhauen. Ich weiß es. Wer möchte meine Frau sagen? Wer möchte die Nachbarnen über die Frau Valentina... ... dass jemand eine große Böse über ihre Ancestin von ihr? Keine Person! Wer hat meine Frau's Herz? Okay. Show's over, people. Clear the floor. There's no way you would believe this mess up in my hand. Oh, and somebody get Mr. Barger, some towel, and a shot of horse tranquilizer. How many millions? A bunch of prizes. Let's purchase the word. It's totally my baby. What did I ever deserve this? It's gonna not be good. Nope. What's to hold on? Oh, my God. Will I have to get that? Ahhh. If he was there, I think it would be a good feeling. Ah, no. I'm not satisfied. Scheiße. Okay, so now the fuse cell is in. And if they are all away, I can do it. das macht. Du läufst jetzt hier raus aus dem Ding und dann dann kann ich hier rüber gehen und die töten. Okay, das war wohl die Story Mission. Wo spielt diese? Ist jetzt die Frage. Wo stehen die mit ihren Gewehren oder was? Wo war ich noch nicht? Hier gibt es noch einen Scan-Teil. Lauf ich mal hin. Was? Oh ne. Scheiße, ich den wegräumen müssen. Wohin? Ach, hier oben gibt es. Ach, hier! Okay. Der guckt jetzt mal in meine Richtung. Gut. Hätten wir den auch weggeworfen? Das muss ich halt noch mal den Elektroschock machen. Wieso steht die Wache hier noch? Komm, Wache noch weg. Nein! Was ist denn jetzt los? Okay, da steht jetzt schon alleine hier. Die Wache ist nicht da. Gut. Okay. Pass. Super. Hier hinten gibt es irgendwo. Ah, hier kann man rein. Okay, aber nur... nur da rein, wenn nicht. Okay, gut, dann müssen wir wohl weiter. Ich hätte gerne bessere Verkleidung. Naja, jetzt kann ich hier... Der, der die ganze Zeit hier alleine steht, von dem kann ich das Verkleidung, glaube ich, nehmen. Sollte funktionieren. Ich hoffe, das ist überhaupt eine Verkleidung. Nope, ist es anscheinend nicht. Nee, du bist auch nur so ein Typ. Hä? Wie darfst du hier sein und ich nicht? Ja, das sind doch dieselben Leute. Ich habe hier noch meine normale Verkleidung. Okay, die ist hier anscheinend besser sogar. Ah ja, jetzt zeigt es mir auch an, wo... wo die Mission ist. Ich brauche irgendwie eine bessere Verkleidung. Aber woher? Hier ist noch mal einer. Jetzt geht es auf einmal. Bei dem anderen ging es irgendwie nicht. Du siehst nervös. Du hast etwas zu heilen? Nö. Okay. Du bist gut zu gehen. Ich glaube, auf die Felder darf ich aber nicht mit dem nicht mal. Wir nehmen sich auf die Outfit. Okay, du bist relativ allein, ne? Ja. Wenn du weg gehst. Was? Was? Hast du einen Sniper dabei? Da gibt es eine Waffe, die so heißt... Der Sieger. Wo ist er denn? Der hat auf die Fallen lassen. Auf dem Rücken hat er sie gehabt. Okay, ist doch kein Sniper. Aber Sieger sind normalerweise Sniper. Bitte aber. Warum erkennt die mich denn alle? Herr voice. Du schaut gut, Mann. Ich schaff gut, Mann. Ich schaff ganz gut. Ich darf hier. Hier bei den ganzen Fällen, war ich noch überhaupt nicht... Wahrscheinlich. Silo Okay, ich gucke, ich komme in meine Richtung Andere Seite Die Reichen haben ihre Arsch auch, wenn sie sich niemand anschaut Geh schrecklich Geh an, Yates will uns auf höchst Wir haben das schon seit Monaten, seit die 1%-Killings begann Nichts wird passieren Ich weiß Aber wenn man sich so denken, dann wird es passiert Wer sind wir auf der Bezug auf? Yates hat es nicht gesagt Es ist ein Standby für eine Bildung und eine Kill-Order Okay Ich muss sie quasi dazu bringen, sie zu töten Er ist Gaucho Okay, ist das denn Alright, was nächstes? Warte, ich habe es Du, balance eine Apple auf deiner Hände Auf dich, Nico Warum? Das ist klassisch Okay, okay Mach die Weinbottel dann Ja Machen wir Bottle Schlips Achso, wir machen hier zwei Verübungen Okay, ich lehne es jetzt da dran Und in dem Moment kann ich mich vielleicht da Überwältigen? Oder vielleicht auch nicht Ich bin hier nicht mal versteckt Aber eine Ablehnung kann ich mit Sicherheit Arrangierend Okay, es wird der eine abgelenkt Ich habe gerade einen Frosch gesehen Ich hoffe das sieht es niemand Ich hoffe das sieht es niemand Okay, ich brauche also Also Ich muss einfach nur sie abscannen Ich muss jetzt einfach nochmal zu ihr laufen Vielleicht kann ich sogar Diana fotografieren Oder es geht mir jetzt schief Oder sowas Sehr lustig Da ist keine Gun Darf ich hier lang? Anscheinend darf ich hier lang, okay Das ist keine Practice Target Warum sagt es mir jetzt? Warum nicht direkt sie? Ja, ich muss halt nochmal zurück Und das Practice Target machen Aber dann tue ich doch jemanden Das wäre natürlich kein Sidesessen mehr. Ich glaube ich muss doch mal zu ihr laufen und nochmal mit der Kamera hin Was für ein Bullshit Das wird doch einfach funktionieren Gut, das ist das Ende Haben wir die anderen zwei Story Missionen auch gemacht? Ein letzter Tango, 47 Jetzt ist aber das Allinteressen geschaffen und alles Jetzt kriege ich die ganzen Dinge Das mit vier Story Missionen auf einmal ist interessant Ich frage mich, ob das jetzt auf anderen Leveln auch gibt Was auf einmal vier Story Missionen werden Hier sind es immer noch drei werden es angezeigt Dann sind wir damit auch durch das nächste Mal dann das große Finale Wo ich nicht genau weiß, wie das jetzt dann anfangen wird Wenn er so gut wie tot war Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen Und bis zum nächsten und letzten Mal dann Und bis zum nächsten Mal dann